Sportler, die beim Betrügen erwischt wurden, Teil 2. Der Baseballspieler Michael Pineda kratzte sich ständig den Hals während der Spiele im Jahr 2014. Es wurde bemerkt, dass er Harz auf seinen Hals aufgetragen hat, eine klebrige Substanz, um bessere Haftung mit dem Ball zu gewährleisten. Er wurde sofort aus dem Spiel entfernt. Rugby-Spieler Tom Williams geriet in eine noch kuriosere Situation. Sein Kamerad Nick Evans verließ das Spiel aufgrund einer Verletzung. Laut den Regeln konnte er nicht zurückkehren, was das Team in eine schwierige Situation brachte. Es gibt jedoch eine Regel, die es ermöglicht, einen Spieler zu ersetzen, wenn er schwer verletzt ist und das Team beschlossen hat, dies zu nutzen. Das Team gab Tom Williams eine Kapsel mit gefälschtem Blut. Er zerbrach sie im Mund und tat so, als ob er verletzt wäre. Es hat funktioniert. Er stieg aus dem Spiel aus und ermöglichte seinem Freund Nick einzuspringen. Aber sie bemerkten, dass Tom zwinkerte, als er das Feld verließ. Die Untersuchung bestätigte den Betrug.